Herzlich willkommen zu dieser kurzen Vorstellung der ÜPOS Website Partnerschaft. Mein Name ist Lisa Hassenzahl und ich werde Ihnen im folgenden Kurs erläutern, was die ÜPOS Website Partnerschaft ist und welche Mehrwerte sie für Sie und Ihre Kunden bieten kann. Für einen Finanzdienstleister ist der Kunde der wichtigste Wert. Dementsprechend liegt der Fokus der täglichen Arbeit auf der Betreuung der bestehenden Kunden sowie auf der Neukundengewinnung. Ganz besonders zu Zwecken der Neukundengewinnung ist heutzutage die eigene Website ein wichtiges Medium. Dies zeigt auch die Google-Suche nach dem Begriff Finanzberatung. Hier erhält man in weniger als einer Sekunde über eine Million Treffer. Somit ist klar, einfach nur eine Website zu haben, ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Im Gegenteil, möchte sich der Kunde über Ihre Dienstleistung informieren, tut er dies regelmäßig online. Aufgrund der großen Anzahl an Webseiten sind Wettbewerbsvorteile gesucht, die einen Interessenten gerade von Ihrer Dienstleistung überzeugen können. Hieraus ergeben sich wichtige Fragestellungen. Zunächst, wie schaffe ich es, dass ein Interessent meine Website überhaupt findet? Ein wichtiges Mittel sind regelmäßige Aktualisierungen sowie eine professionelle Verwaltung der Suchbegriffe. Zum Zweiten, wie kann ich einen Interessenten von meiner Dienstleistung überzeugen? In diesem Zusammenhang geht es insbesondere um professionelle Inhalte, die sich auf wichtige Fragestellungen des Kunden beziehen, sodass der Mehrwert Ihrer Dienstleistung bereits bei dem Besuch Ihrer Website offensichtlich wird. Reine Worthülsen, wie sie auf vielen Webseiten zu finden sind, gehen im Wald der Webseiten genauso unter, wie die immer gleichen bunten Bilder. Und zuletzt ergibt sich hieraus die Frage, wie schaffe ich es, regelmäßig neue Inhalte zu den wichtigsten Themen bieten zu können? Die ÜPOS Website Partnerschaft bietet Ihnen genau diesen Service. Sie erhalten regelmäßige Beiträge zu aktuellen Themen direkt auf Ihre Website. Dies führt automatisch zu einer besseren Auffindbarkeit Ihrer Website und die Mehrwerte Ihrer Dienstleistungen sind für Interessenten direkt sichtbar. Das Beste daran, die Aktualisierungen erfolgen automatisch, ohne dass Sie wertvolle Zeit darauf verwenden müssen. Sie können sich somit auch weiterhin zu 100% um Ihre Kunden kümmern. Zusammenfassend lässt sich dies wie folgt darstellen. Mehr Reichweite bedeutet mehr Besucher und mehr Kunden. Die ÜPOS Website Partnerschaft ist nicht nur ein erchter Mehrwert in der Neukundengewinnung. Gleichzeitig bietet Sie die Möglichkeit, die Servicequalität für Ihre bestehenden Kunden zu erhöhen und so die Kundenzufriedenheit zu steigern. Sie haben die Möglichkeit, die aktuellen Beiträge automatisch an Ihre Kunden zu versenden. So sind Ihre Kunden immer informiert und es ergeben sich automatisch neue Beratungsansätze. Zusätzlich stellt dieser Service eine echte Steigerung der Beratungsqualität dar. Ein Aspekt, den es in der heutigen Zeit nicht zu unterschätzen gilt, wie dieser Ausschnitt aus dem Wertpapierhandelsgesetz verdeutlicht. Welchen Service bietet die ÜPOS Website Partnerschaft nun genau? Sie erhalten eine eigene Website in Ihrem Corporate Design. Diese bietet Ihnen alle notwendigen Funktionen, um alle Mehrwerte für Ihre Kunden und Interessenten nutzen zu können. Der New Service versorgt Sie dann automatisch mit ausgesuchten Beiträgen. Selbstverständlich ist es auch möglich, den New Service in Ihre bereits bestehende Website zu integrieren. Alles im Überblick, Sie erhalten die Beiträge in Ihrem Layout direkt auf Ihrer Website und haben die Möglichkeit, alle Beiträge automatisch an die registrierten Empfänger zu versenden. Abschließend noch einmal alles im Überblick. Sie erhalten regelmäßige Beiträge auf Ihrer Website, ohne dass Sie hierfür wertvolle Arbeitszeiten opfern müssen. Die Beiträge erscheinen in Ihrem Layout direkt auf der Website. Das heißt, es gibt keine umständlichen Lösungen mit zu verschickenden PDF-Dateien oder Ähnlichem. Und Ihre Kunden und Interessenten haben Zugriff über alle mobilen Endgeräte wie beispielsweise iPads oder iPhones. Der automatische Mailversand bietet Ihren Kunden eine gesteigerte Servicequalität und generiert zusätzliche Beratungsansätze. Nutzen Sie jetzt die Chance und werden Sie ÜPOS Website Partner. Erhöhen Sie Ihre Beratungsqualität, erhöhen Sie die Kundenbindung und etablieren Sie echte Wettbewerbsvorteile. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.